Ich freue mich sehr, dass ich Mario Lochner begrüßen darf, der es gewagt hat, einen Bären einzuladen. Wir haben in der ersten Folge schon gesehen, naja, die Dinge liegen vielleicht gar nicht so weit auseinander. Wir haben ein paar Argumente ausgetauscht und wollen jetzt so ein bisschen über geopolitische Themen sprechen, über das sprechen, was wahrscheinlich kommt in den nächsten Monaten. Da ist zum Beispiel die Wahl Donald Trump, Biden, da ist China. Ja, ich begrüße auf jeden Fall allerherzlichste Mario, schön, dass du da bist. Servus, vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, bei dir zu sein. Auf deinem Kanal. Ich bin bei dir in den Räumen und all das ist sozusagen Gastfreundschaft von Mario. Mario, wir haben im ersten Teil gesprochen über Bulli und Bär, haben das versucht so ein bisschen, die Argumente auszutauschen. Vielleicht fangen wir mal an mit dem, was kommen wird jetzt, was wahrscheinlich auch die Märkte immer stärker beeinflussen wird. Und Volatilität wahrscheinlich bringen wird, das ist natürlich dieser Wahlkampf in den USA. Wie schätzt du die Lage ein, meinst du Trump, gewinnt das und was passiert dann? Also vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, er gewinnt ganz klar. Jetzt denke ich immer noch, dass er gewinnt. Also es wird natürlich sehr, sehr eng. Jetzt haben wir am 11. Juli, glaube ich, jetzt die Urteilsverkündung. Ich glaube, wir kennen Trump ja, ich würde es jetzt gar nicht werten, aber er ist einfach ein Marketinggenie. Er hat es bisher ja auch eigentlich gut für sich nutzen können. Ich will jetzt nicht sagen, ihn kann nichts stoppen, aber ich glaube, er wird das irgendwie hinkriegen. Und ich glaube, er wird das auch irgendwie für sich, wie er es eigentlich in seinem Leben immer gemacht hat, nutzen können. Und sein Gegner, ja, der ist auch, ich will jetzt nicht sagen dankbar, aber ich glaube, er hat gute Karten. Es wird sehr, sehr eng werden, aber ich glaube, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auf Trump setzen, glaube ich, ja. Und was bedeutet das für die Märkte, wenn sich das abzeichnet? Ja, das ist natürlich die Frage. Es wird viele Wendungen wahrscheinlich schon noch geben. Die Frage ist, was kommen da noch für Kniffe, was kommen da von beiden Seiten für schmutzige Tricks, sage ich mal, wenn es dann näher auf die Wahl hingeht. Wie groß wird auch der Widerstand in der eigenen Partei? Da haben wir jetzt auch, nachdem er schuldig gesprochen worden ist, haben wir, glaube ich, auch 16 Prozent der Republikaner dann gesagt, eigentlich wollen sie ihn jetzt nicht mehr oder er sollte sich zurückziehen. Also da sieht man, da gibt es ja viele Einflussfaktoren, viel Unsicherheit. Und wir kennen das ja statistisch gesehen, wenn es auf die Wahl dann zugeht, also nach dem Sommer dann eigentlich, dass die Wohler dann auch anzieht. Ich kann mir schon vorstellen, dass das turbulent wird. Aber ich glaube für die Börse, ich würde die These aufstellen, es ist relativ wurscht, wer Präsident wird. Es ist ja eigentlich sehr schön, vor kurzem, Theodor Weimar hat das ja, CEO von der Deutschen Börse, ganz schön auf den Punkt gebracht. Er hat ja erst mal sich über die deutsche Wirtschaft ausgekotzt und dann hat er das ja schön beschrieben, wenn er mit den Amerikanern spricht, dass die eigentlich sagen, ja, wir Wirtschaftsunternehmen machen die Politik und nach dem Motto, uns ist eigentlich wurscht, wer von den beiden da Präsident ist. Wir machen unser Ding. Und das wäre vielleicht in Deutschland auch mal ein gutes Ding, wenn die Unternehmen ein bisschen mehr das in der Hand hätten. Was heißt in der Hand hätten, aber? Mehr mitgeschalten würden. Ja, oder sich einfach, ja, wenn die Politik vielleicht einfach nicht so die dominante Rolle hätte, nicht in den Medien und auch vielleicht nicht sich zu sehr einmischen würde. In den USA ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt natürlich. Aber ich glaube für die Börse, klar, wenn Biden gewinnt, dann haben halt gewisse Branchen vielleicht einen Auftrieb wie E-Autos. Ein Fashion Reduction Act, der ist ja sowieso da. Klar, wenn wir auf das Thema Handelskrieg schauen, da ist es auch kupft wie Sprung, wie man in Bayern sagt. Da hat sich ja auch nichts getan. Also das wurde ja immer dargestellt, so Trump wäre der Hardliner. Unter beiden hat sich ja nichts geändert. Also ich glaube, im Endeffekt ist es relativ wurscht, wenn Trump dann kommt, dann profitieren vielleicht eher Öl und Co. Klar, die Klassiker. Aber ich glaube, da gibt es auf beiden Seiten Profiteure und unterm Strich. Die grundsätzliche Ausrichtung wird sich, glaube ich, nicht groß ändern. Klar, Ukraine und das ist ein Thema, das würde Trump sicherlich vielleicht anders behandeln. Dieses, ja, wir halten uns komplett raus. Was das dann für Folgen hat, das, glaube ich, ist schwer einzuschätzen. Also ich denke auch, dass Trump größer wird. Du würdest auch auf ihn setzen. Ich würde auch, also wer weiß, was noch passiert, nicht? Also du kannst Game Changer dazwischen haben, das kann passieren. Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, weil Biden schlicht zu senil ist. Ja, das ist wirklich. Das ist schon echt bedenklich und das ist schwer. Was ich eben sehe, ist, dass natürlich da durch Trump eine gewisse Unsicherheit wiederkommt. Bei Biden, weißt du, das funktioniert einigermaßen rational. Das kannst du kalkulieren. Das ist, wie du sagst, in Sachen Handelskrieg nicht viel anders. Ist allerdings im Ton anders. Die Chinesen wurden damals kalt erwischt von Trump im Prinzip. Die haben sich darauf eingestellt. Biden führt das fort, was Trump angefangen hat. Ich kann mich erinnern, ich war 2000 oder so in den USA. Da war im Radio, hast du ständig gehört, China steals our jobs. Und das ist das, was die Amerikaner so fühlen und denken, dass die Chinesen ihnen das wegnehmen, was ihnen eigentlich zusteht. Und dementsprechend ist das populär und wird sich nicht ändern. Was ich denke, was unter Trump kommt, ist eben das, was wir im ersten Teil besprochen hatten, dass die Ausgaben ja massiv gestiegen sind. Das wird sich unter Trump nicht ändern. Nur die Einnahmen werden sich wahrscheinlich deutlich reduzieren. Aufgrund dieser Agenda eben zu sagen, ja, wir senken die Steuern und nachher wird dann die Wirtschaft so, dass wir dann die Steuern wieder reinkriegen. Das ist nicht passiert. Unter Trump schon nicht passiert. Und das wird auch diesmal nicht passieren. Und das würde bedeuten, dass die Kapitalmarktzinsen, also die Renditen, wieder deutlich nach oben gehen und eben der Dollar ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommt. Das ist, glaube ich, das, was ein Riesenthema ist. Dass du dann im Grunde eine Situation, Trump wird wahrscheinlich auch sagen, ihr müsst die Zinsen senken. Und das wird die Inflation wieder schüren, zumal er in Sachen Migration natürlich ganz anders gelagert ist. Die Leute ja rausschmeißen will sogar aktiv aus den USA. Das heißt, du wirst einen Arbeitskräftemangel haben. Du wirst, also alles, was institutionär ist, wird unter Trump kommen. Und das ist dann gewissermaßen so ein Lackmustest auch für die Kapitalmärkte. Ja, Trump ist ja eigentlich gut für die Aktienmärkte, sagt man. Aber was passiert, wenn die Rendite auf 5, 6 Prozent steigt oder 7 Prozent? Das ist ja das, was wir eigentlich letztes Jahr schon ein bisschen gesehen haben. Da wurde auch zum ersten Mal dieses Thema wieder diskutiert mit diesem Bond, Wigilantis, also dass quasi die Märkte dann so Druck machen. Also, dass die quasi dann irgendwann das Spielchen nicht mehr mitspielen. Da hat sich damals ja Bill Clinton auch schon aufgeregt, damals so nach dem Motto, ich lasse mir doch hier von den Kapitalmärkten nichts sagen. Wenn dann eben über die Anleihenmärkte Druck ausgeübt wird, wenn dann eben die Zinsen steigen, weil dann wird es halt irgendwann schwierig. Also, wenn die Renditen dann steigen auf 5, 6 Prozent, dann wird es irgendwann ungemütlich. Und das ist dann für die Aktienmärkte vielleicht auch schwierig, nicht? Naja, klar, das wäre natürlich nicht gut. Also, du stellst die These auf, Trump wäre eigentlich schlechter für die Börse als… Kurzfristig vielleicht besser, also was die Indizes betrifft, mittelfristig wahrscheinlich ein echtes Thema. Weil ich denke, dass du dann eben dieses Glaubwürdigkeitsproblem, das du jetzt schon hast, von Regierungen, wie auch eben dem Geld, den Schulden, die sie produzieren. Also, dieses Fass ohne Boden würde noch krasser gelebt im Prinzip. Und das ist dann etwas, was die Aktienmärkte irgendwann zur Kenntnis nehmen und sagen, hey, das läuft in eine Richtung, die ist bedenklich. Man könnte ja sogar die These aufstellen, oder ich würde sie sogar aufstellen, dass es riskanter ist, wenn Trump nicht gewinnt grundsätzlich. Weil viele sagen ja, wenn der gewinnt, dann geht es drunter und drüber. Aber man muss sich ja mal vorstellen, oder wenn er nicht zugelassen wird. Also, wenn wir jetzt Richter wären und wir, klar, du kannst jetzt nicht entscheiden nach dem Motto, nach beorderte Mufti, ach, ja oder nein, sondern du musst dich ja auch natürlich irgendwie, sagen wir mal, rational verhalten. Aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, die lassen den nicht zu zur Wahl, dann wird ja wirklich die Leute, die, ich finde das auch immer ein bisschen übertrieben, wenn da von Bürgerkrieg und Co. gesprochen wird. Aber wir haben ja schon mal diesen Sturm aufs Kapitol gesehen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die ziehen den jetzt wirklich aus dem Verkehr. Und es gibt ja sehr viele in den USA, die ja davon überzeugt sind, dass diese letzte Wahl verschoben war. Also, ich glaube, da könnte sich dann etwas Ungutes entladen. Oder selbst wenn er die Wahl knapp verliert. Genau, oder wenn er knapp verliert, dann haben wir das. Genau, dann haben wir wieder das selbe Thema. Die Wahl ist gestohlen. Genau, also, so gesehen, das heißt jetzt nicht, dass ich sage. Das heißt aber, wenn du das mal durchdenkst, heißt das ja, dass sozusagen egal, was passiert. Genau, es wird auf jeden Fall. Turbulenzen gespannt, ja. Ja, also wird es Turbulenzen geben, dürfte es eine immense Volatilität geben. Und Volatilität heißt ja, wenn du dir die Player am Markt anschaust, die haben ja Algorithmen, die sagen, wenn die Vola zu stark steigt, gehen wir raus. Das würde also für fallende Aktienmärkte in dem Fall sprechen, nicht? Weil einfach Volatilität heißt Gefahr. Also, die Warnleuchten blinken dann. Das Risiko wird zu groß. Und dementsprechend, glaube ich, werden wir da schwierige, also turbulente, schwierige Zeiten sehen. Mit krassen Abverkäufen, die dann möglich sind. Egal, was passiert wahrscheinlich sogar. Ich sehe nur ein Problem. Eigentlich liegt das Drehbuch schon wieder zu perfekt auf den Tisch. Eigentlich ist es gerade, wenn wir uns das anschauen, statistisch gesehen ist es gerade eigentlich… Aber die Frage jetzt, egal was passiert, das wird eigentlich nicht thematisiert. Also, finde ich nicht, dass das Drehbuch so klar auf den Tisch liegt, weil man sagt ja, entweder Trump gewinnt oder Biden gewinnt. Nee, ich meine jetzt für die Börse, weil wenn wir uns mal anschauen, jetzt haben wir den Juni. Der ist ja statistisch so okay, aber zum Beispiel gibt es auch interessante Sachen. Zum Beispiel, dass der Markt hat noch nie gegipfelt im Juni, seit 1980. Ist nur eine Statistik, aber ist interessant. Also, der Markt ist eigentlich immer gegipfelt gegen Jahresende oder Jahresanfang. Auf jeden Fall noch nie im Juni. Und der Juli, das wusste ich bis vor kurzem auch nicht, ist gigantisch. Die erste Juli-Hälfte ist quasi das Beste, was es gibt. Goldman hat ja vor kurzem auch die These aufgestellt, dass da noch sehr, sehr viel Geld reinkommt. Also, ich meine, da das Drehbuch wäre jetzt eigentlich viel zu schön, dass man sagt, ja okay, wir haben jetzt noch eine Sommer-Rallye und danach wird es eigentlich richtig schlecht. Weil danach geht es dann auf die Wahl, danach wird es volatil und dann braucht es eigentlich nur einen kleinen Funken oder wie auch immer. Und dann, wie du es gerade gesagt hast, dann denken sich die Leute, boah, eigentlich ist das alles irgendwie ein bisschen, also, wenn der eine gewinnt, ist es nicht gut, wenn der andere irgendwie auch nicht, da verkaufe ich lieber. Eigentlich, das meine ich, das Drehbuch ist eigentlich schon wieder viel zu klar und meistens kommt es ja anders. Obwohl das alles eigentlich ziemlich logischer scheint. Vielleicht kommt es auch vorher sozusagen, im Juli, ja, normalerweise ist der Mai in Wahljahren auch sehr schwach und er war super stark, ja. Also, ich glaube, die Frage ist, kannst du dich auf diese Saisonalität verlassen oder hat die noch eine Aussage? Klar, es gibt Kapitalströme, das sind schon Fakten, aber du musst, ich glaube, was man auch sehen kann vielleicht, für die Wall Street wäre ein Sieg von beiden eigentlich unschön, weil er ja gesagt hat, wir werden die Kapitalertragssteuer nochmal massiv erhöhen. Das lieben die Jungs da nicht besonders. Das heißt, sie haben kein Interesse, dass Biden gewinnt. Wenn allerdings die Aktienmärkte von Allzeithoch zu Allzeithoch steigen, dann hilft das eben Biden. Also, das ist, glaube ich, ein Punkt. Auch Trump wäre interessiert daran, wahrscheinlich, dass vor der Wahl hier was ein bisschen ins Rutschen kommt, kann ich mir vorstellen. Du hast ein Argument hier, das seht ihr. Klar. Trump hat ja immer gesagt, Dow Jones neues Allzeithoch hat mit mir zu tun. Er hatte dann Schwierigkeiten, das bei Biden zu begründen. Ja, weil die Leute davon ausgehen, dass ich wieder komme, was sehr ambitioniert ist. Aber es gäbe eine Interessenslage von einigen Playern an der Wall Street, glaube ich, da vorher ein bisschen etwas Luft abzulassen. Und wir haben ja noch die Fed, das ist ja auch sehr interessant, denn jetzt wird ja die Zeit langsam eng bis zur Wahl. Und man will wahrscheinlich die Wahl nicht beeinflussen. Also, jetzt stelle man sich mal vor, die Wirtschaft würde jetzt noch ein bisschen nachlassen und die Fed würde dann die Zinsen senken, jetzt im Juli oder im September. Dann könnte man ja auch schwer sagen, oh, jetzt unterstützen die Biden, wie auch immer, unterstützen das Ganze, unterstützen die Wirtschaft. Also, das wird ja auch eine spannende Frage, ob die Fed dann vielleicht im Zweifel sagt, ja, wir warten jetzt die Wahl ab, weil wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, dass wir das irgendwie beeinflusst haben. Ja, das wird immer geringer, also das haben ja mehrere Fettleute, also fast alle sagen inzwischen, wir brauchen mehrere Monate von niedrigerer Inflation, die ja bisher nicht da sind. Ja, also, du hast ja eigentlich null, wenn man so will. Du hast bisher keine wirkliche Überraschung nach unten. Gut, wir hatten jetzt 0,3 statt 0,4 bei den letzten Inflationszahlen, wir bekommen nächste Woche. Eigentlich ist es ja, kann man sagen, wie fest genagelt, also da tut sich wenig. Aber wie gesagt, die Basiswerte haben wir im ersten Teil schon, werden jetzt ungünstiger, das heißt, die Vorjahreszahl tendiert nach oben. Es gibt ja da wunderbare Grafiken auch, die zeigen, wenn du 0,3 oder 0,4 hast pro Monat, dann hast du eine Inflation, bei 0,4 wäre es 4,8 Prozent. Also, das geht dann wieder Richtung 5, bei 0,3 bist du auch über 4, ich glaube 4,2. Das heißt, wenn sich das Ganze nur so fortsetzt, dann bist du schon wieder in Richtung 5 Prozent unterwegs und dann kannst du als Fett nicht sagen, aber jetzt senken wir die Zinsen. Die EZB hat ja den Sprung geschafft, wir senken die Zinsen und gleichzeitig nehmen wir die Inflationserwartung nach oben. Ja, das war ja auch. Sie wollten vorher, sie mussten mal die Zinsen senken, um ein Signal zu geben, aber. Also viel wird da jetzt im Zweifel erstmal nicht mehr kommen, außer wenn die Wirtschaft da komplett absäuft, das ist natürlich immer der Disclaimer. Aber es ist also unwahrscheinlich, dass die, das. Ich glaube auch nicht, dass die Fett vor der Wahl, also sie werden, es müsste glaube ich schon richtig was passieren, dass sie die Zinsen senken, wenn jetzt keine Not ist, glaube ich es auch eher nicht. So, und dann kommt Trump und sagt, wir haben hier Zinsen über 5 Prozent, das ist ungerecht, schaut ja die EZB an und die Europäer, ne? Gut, es ist natürlich auch die Frage, ob die Zinsen dann nicht runter müssen. Gut, die EZB hat jetzt ja nicht viel gemacht, aber wenn du diese Spreizung hast, noch weiter den Spread, dann will man einen zu starken Dollar, das ist natürlich auch die Frage. Also das kann natürlich auch Probleme verursachen. Gefällt der Wall Street auch im Zweifel auch nicht, wenn der Dollar zu stark ist. Naja, aber ist doch gut für die Unternehmensgewinne, ne? Naja, aber wenn du natürlich im Ausland viel Gewinne machst, dann ist es wieder nicht so schön. Also ein zu starker Dollar ist dann schon auch eine Bremse oder kann eine Bremse sein. Also klar, man will jetzt auch keinen super schwachen Dollar, aber ich sag mal, es wäre jetzt nicht gut, wenn die EZB weiter senkt und die Fett nicht, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen. Ja, deswegen sagen die EZB Leute jetzt hier nichts mehr so schnell mit Zinssenkung. Also das war im Grunde, haben wir eine hawkische Zinssenkung gesehen, wenn man so will. Ja, ja. Und das ist aus meiner Sicht abgesprochen mit der Fett, die Herrschaften kommunizieren natürlich miteinander und die Fett hat offenkundig der EZB klar gemacht, wir sind on hold erstmal und absehbar. Und dementsprechend ist es nicht opportun, sozusagen hier die Zinsdifferenzen zu groß werden zu lassen. Wobei bei der Inflation müssen wir eins berücksichtigen, also erstens natürlich immer noch diesen Lag bei den Immobilien. Also wenn man sagen, auf die Echtzeitdaten schaut und jetzt auch Triflation und Co., also da sind wir jetzt nochmal richtig abgestürzt. Wie schnell sich das zeigen wird, ist die Frage. Öl ja auch zuletzt zurück, ein bisschen die Rohstoffpreise. Ja, aber du hast auf der anderen Seite, wenn du jetzt von Immobilien sprichst, hast du natürlich im Grunde, die Immobilienpreise sind auf Allzeit hoch. Das schon, aber trotzdem. Und da ist ja die sogenannte Homeowners Equivalent Grant entscheidend. Also was würdest du an Miete nehmen, wenn das nicht ein Haus wäre, sondern du würdest da Mieter reinnehmen. Und wenn die Hauspreise steigen, steigt im Prinzip auch die Homeowners Equivalent Grant. Also das ist, klar die Daten sind verzögert, das ist eine Telefonumfrage, die sozusagen in so einer 6-Monats-Schleife läuft. Und du weißt nicht genau, in welcher Schleife sind wir jetzt. Ja, also bis sich das, ob sich zeigt, wie sich zeigt, aber trotzdem, ich sehe jetzt nicht die, ja, die Rieseninflationsgefahr gerade. Gerade weil sich auch die Wirtschaft ein bisschen abkühlt, das wird ja auch einen Faktor spielen. Also wir haben es jetzt auch bei den Rohstoffen schon ein bisschen gesehen. Die vorher deutlich gestiegen waren natürlich. Ja, also ich sage jetzt mal, ich glaube, wir werden da weder den großen Ausschlag nach oben sehen, wir werden jetzt aber auch, ja, ob da nach unten so viel geht. Ich glaube, das wird relativ, ja, ich glaube, das wird relativ, ich habe gerade festgenagelt gesagt, das trifft es wahrscheinlich relativ gut. Vielleicht mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, wird wahrscheinlich eher so eine Schaukelpartie. Also ich sehe da jetzt nicht die ganz klare Richtung. Also weder diesen, also die, weil es gibt ja auch einige, die sagen, die zweite Welle kommt. Also dass wir jetzt bald wieder bei 9% stehen, das sehe ich aber auch überhaupt nicht. Wenn Trump kommt, würde ich sagen, wird das ein Szenario, was dann absehbar kommen wird, ne? Gut, dann muss man schauen, wie muss man es neu bewerten, wenn er dann kommt. Aber, ja, ich, aber man kann ja auch nicht mehr sagen, als maximal ihm 55% zu geben, weil es wird halt super eng. Aber ich würde auch ihm die bessere Chance geben. Was in erster Linie natürlich am Gegenkandidaten, du hast es schon gesagt, zu senil, ja. Ja, was soll man dazu auch anderes sagen? Also es ist, äh... Bill Clinton ist übrigens jünger als die beiden Herrschaften, die antreten. Gibt ja die, die These, dass Michelle Obama noch, äh, dann... Aber wir sind schon ein bisschen spät, oder? Ein bisschen, ja, aber die Demokraten haben das schon mal gemacht. Und waren, ähm, das ist etwas, was man so munkelt, schon seit Monaten. Äh, aber ob das eintritt, gut, äh, das ist, das ist Spekulation. Aber sie, sie werden erkennen, dass sie wahrscheinlich diese Wahl verlieren. Und dann ist die Frage, ob sie noch reagieren. Das wird das, das Entscheidende sein, ne? Weil du kannst mit beiden aus meiner Sicht keine Wahl mehr gewinnen. Das ist nicht... Das wird ja auf jeden Fall schwierig. Also, ja. Auf jeden Fall zwei Kandidaten, ja. Schade, dass da nichts Besseres... Ja, ich meine, wir haben Habeck, Baerbock und... Ja gut, wir sind ja auch... Wir haben Scholz, ne? Also, das ist auch mal ein echter Knaller, ja? Also, da kannst du dich international schon sehen lassen. Das habe ich jetzt nicht damit gemeint, nee, dass wir besser dastehen. Aber es gibt ja auch noch andere Länder. Er hat auch Gedächtnislücken, so wie Joe Biden heißt es. Ja, vielleicht kann der übernehmen, wenn Joe nicht mehr kann. Was passiert mit China, Mario? Was würdest du da sehen? Wir haben vorhin schon gesagt, Handelskrieg ist nach wie vor da. Man kann Grafiken zeigen, die klar machen, die Handelsvolumina gehen zurück. Wir sind also in einer Art Entkoppelung. Und die Frage ist, kommt diese Taiwan-Geschichte, kommt sie nicht? Wie würdest du das einschätzen? Also, der wirkliche Versuch, Taiwan zu annektieren? Also, diese Taiwan-Prognose, ich finde die sehr schwierig. Also, es ist ja auf dem Tisch. Also, es ist jetzt auch kein Geheimnis. Da sprechen die Chinesen ja auch offen aus, dass das quasi auf der Agenda steht. Aber das ist jetzt für mich anlagetechnisch... Es klingt blöd, aber es spielt keine Rolle, weil du kannst ja dieses Risiko gar nicht... Du kannst es schon mal nicht quantifizieren. Also, es gibt natürlich Charts. Es gibt gewisse Szenarien dazu, die gigantisch sind. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich nur übertreffen würde, weil da würde ja auch ein bisschen mehr hinten dranhängen im Zweifel. Also, ich glaube jetzt nicht, dass China da angreift und dann sagen alle anderen, ja, das ist ja jetzt blöd. Jetzt haben wir vielleicht ein paar Monate keine Chips und dann ist wieder alles gut. Also, ich glaube, das ist ein Event, da will man gar nicht drüber nachdenken, aber das ist so groß. Da ist auch die Frage, ob China das will. Also, das ist ja schon mal, das hat so viele Baustellen, so viele Facetten und ich weiß nicht, wie man das anlagetechnisch auffangen soll. Also, jetzt zu sagen, ich verkaufe jetzt alle meine Aktien, 100 Prozent Gold oder 100 Prozent Cash oder was auch immer und warte ab, bis China Taiwan angegriffen hat und dann gehe ich rein, das ist ja auch, das ist für mich jetzt keine Anlagestrategie. Nee, kann man nicht. Also, ich glaube, dass die Chinesen das machen werden und wollen, schlichtweg sozusagen aus dieser innerchinesischen Logik, dass man eben, dass Chiang Kai-shek damals nach Taiwan geflohen ist und dieser Teil, sozusagen, den man beansprucht, ist der Stachel im Fleisch. Das heißt, solange Taiwan nicht an Bord ist, ist diese chinesische Revolution unvollendet. Ja, dass sie es wollen, das ist ja kein Geheimnis. Gut, und das ist aber sozusagen etwas, worauf man, also, das muss gemacht werden. Xi Jinping hat ja auch ein Datum genannt mit, glaube ich, 1929. Bis dahin muss das passiert sein. 2029 meinst du? Ja. 1929. Ja, das ist ein bisschen her. Also, ich glaube, dass sie, dass sie das machen werden und dass sie sich bereits jetzt schon darauf vorbereiten, es zu machen und sich dementsprechend positionieren. Also, Staatsanleihen verkaufen, Gold kaufen, auch wenn sie jetzt nichts, in dem aktuellen Monat nichts dazu gekauft haben. Aber sie bereiten die, die komplette Abkuppelung vom Dollar vor, um sozusagen sich dort entsprechend zu positionieren. Und das ist schon ein, wie so ein Damoklesschwert, dass du nicht heimen kannst. Keine Frage, du kannst nicht sagen, ja, ich muss jetzt alles verkaufen, auf dem Schirm haben. Das ist natürlich für Nvidia dann nochmal das Hochzehn-Risiko ist. Wir wollen jetzt nicht nochmal Nvidia-Talk machen, aber das ist sozusagen der Super-GAU. Der droht. Und ich glaube, es ist nun eine Fragezeit, bis es passiert. Was mir aber bei China mehr Sorgen macht, was heißt mehr, aber ja, doch eigentlich sogar mehr, weil es akuter ist und, ja, weiß ich, es auch nicht einfach verhindern lässt. Ich sag mal, das andere hat man ja erstens selber in der Hand und da wird man auch sicherlich tueber nachdenken, ob man sich da nicht in gewisser Weise ins eigene Knie schießt. Und sowas kann sich dann eben doch sehr lange hinten rauszögern. Also, was man nicht rauszögern kann, die Demografie, die ist eine Katastrophe. Die ganzen Probleme, Schulden, die, ja, also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also Immobilienkrise, dann dieser irre Schwenk, jetzt hat man sich ja ein bisschen, ein bisschen wieder eingekriegt, aber während Corona dann dieser, ja, Schwenk zum Kommunismus, wie man das auch immer nennen will, dann ... Das heißt, China ist eigentlich für die Weltwirtschaft das größte Risiko aus meiner Sicht, ne? Ja, es ist ... Also sowohl geopolitisch aufgrund der Aggression gegen Taiwan als eben auch als faktisch der Player, der uns aus der Finanzkrise gerettet hat. Ja, die Chinesen haben investiert, haben Straßen gebaut, etc. Jetzt hast du, wie du schon angesprochen hast, eine katastrophale Demografietendenz weiter, sogar steiler abfallend als zuvor prognostiziert. Und du hast dann eben die Situation, dass du trotzdem eine Arbeitslosigkeit bei der Jugend hast, die immens ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass die nicht unter ihrem Bildungsniveau arbeiten wollen und die Eltern und Großeltern das noch finanzieren. Und du hast dann eine Situation, wo du im Prinzip natürlich auch als Xi Jinping eine gewisse Logik hast, ja, dann packen wir die vielleicht ins Militär. Weil du spürst ja, du siehst ja, als Xi Jinping das Zeitfenster schließt sich. Wenn wir immer weniger werden, werden wir auch weniger machtvoll latent. Also müssen wir jetzt, wo wir die Chance noch haben, das zeitnah umsetzen. Das ist auch so ein Faktor, der dann eher aus meiner Sicht für Taiwan-Invasion... Das ist tatsächlich ein guter Faktor, dass man natürlich gewissen Zeitdruck bei solchen Dingen hat. Und ja, China ist schon unter Druck. Das merkt man ja auch an gewissen Handlungen. Trotzdem, ich würde mich jetzt auch nicht komplett verrückt machen. Also wir schauen da vielleicht manchmal ein bisschen... Das ist manchmal ein bisschen zu makroökonomisch, wenn man da vielleicht draufblickt. Natürlich ist China eine Diktatur. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drum herumreden. Und da wird natürlich mehr von oben gesteuert. Trotzdem gibt es viele, ja, auch Chinesen, die zu Wohlstand kommen wollen. Es gibt viele chinesische Unternehmen. Und die Chinesen sehen, glaube ich, gerade auch Europa schon auch noch als Absatzmarkt. Und jetzt nicht, ich glaube, die sind jetzt nicht so... Aber ich glaube, sie setzen auf die falschen Pferde. Sie haben jetzt diese Elektromobilität. Sie haben immense Überkapazitäten, die darauf angelegt sind. Es geht gar nicht anders, als sie zu exportieren. Jetzt haben die Amerikaner die Tür zugemacht. Gut, da waren sie eh nicht wirklich drin mit ihren Elektroautos. Aber in Europa wollen sie schon rein, bauen eigene Schiffe dafür. Und jetzt wird wahrscheinlich, ich glaube, das kommt nächste Woche, dürfte die EU eben auch Zölle erheben gegen chinesische E-Fahrzeuge. Das finde ich eher bedenklich, weil ich glaube, da sitzen wir halt am kürzeren Hebel. Also man muss sich ja nur die Rohstoffe anschauen. Also wenn wir, also ich glaube jetzt nicht, dass wir gar keine Rohstoffe mehr aus China kriegen, aber man muss sich ja nur mal vorstellen, wenn da ein bisschen weniger kommen würde, wir sind ja komplett abhängig. Also das ist ja Wahnsinn. Also wir jammern ja über Russland und Co. Aber wenn man das mal mit China vergleicht, dagegen ist ja Russland ein Kindergeburtstag. Also was wir alles aus China brauchen, nur Rohstoffe, wenn wir die nicht mehr kriegen würden. Aber das zeigt ja, dass wir eigentlich in der strategischen, ungünstigen Position sind. Ja, wir sitzen an einem sehr, sehr kurzen Hebel. Also wir haben zwei extrem mächtige Player, die sozusagen über diese Rohstoffe verfügen und mit denen wir immer mehr in Konfrontation kommen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr bedenkliche Tatsache. Wenn Europa stark werden wollte, wirklich stark werden wollte, müsste es eigentlich Russland an seiner Seite haben. Das kann, will keiner derzeit und ist auch irgendwie schwer vorstellbar. Das ist gerade ein bisschen schlecht. Aber es ist eigentlich, rein strategisch wäre, ist das Asset für Europa. Wir hätten sozusagen das Know-how, hätten die Ingenieurskapazitäten und die Russen haben die Rohstoffe. Das wäre eigentlich eine unfassbar starke Koalition, die wir aber nicht eingehen können und wollen. Und das macht es schwierig. Also wir werden im Absatzmarkt China große Probleme bekommen. Wir sind aus dem russischen Markt raus, der jetzt unbedeutend ist, aber eben bedeutend durch seine Rohstoffe für uns ist. Also wir kommen in eine Lage, wo wir dann auch gleichzeitig eben diese ungünstige Demografie haben in allen westlichen Ländern. Gut, das haben die Chinesen auch. Die haben auch ihre ganz, ganz großen Probleme, klar. Aber diese Welt, habe ich das Gefühl, läuft auf irgendwie eine Situation zu, die nicht besser wird. Weil alles, was sozusagen an Faktoren da ist, spricht eigentlich jetzt nicht für ein Besserwerden dieser Situation. Gut, die Frage ist, ob es automatisch immer schlechter wird. Also wir haben ja auch neue Player. Was man zum Beispiel auch schön sieht, Mexiko ist, weil China, klar, es gibt dieses Decoupling, das braucht man noch nicht wegdiskutieren. Aber es springen dann halt andere in die Bresche, wie Vietnam. Indien ist ja auch gerade on fire. Das würde ich jetzt auch immer nicht überschätzen. Also da hat man auch das Gefühl, Indien ist auch schon sehr überhitzt. Also das ist natürlich ein Land mit Megapotenzial. Aber manchmal, wenn jetzt die Leute über Indien sprechen, da ist der Markt natürlich auch gut gelaufen. Da ist ja wirklich das Gefühl, da ist alles eitel Sonnenschein. Also Indien hat schon auch noch ordentlich Probleme. Aktienmarkt ist teuer. Ja, also China ist ja so, Indien ist so. Also wäre es vielleicht antizypisch sogar sinnvoll, China zu kaufen, auch nicht so richtig, ne? Ja, also... Du hast ja eine ADR meistens dann, wenn du eine Alibaba kaufst, hast du ja nicht wirklich Anteile an Alibaba. Über ETFs kann man es natürlich auffangen. Genau, du kannst direkt schon auch, das geht, aber es ist gar nicht so... Also ich glaube, sehr langfristig, ich glaube, so Länder wie China werden nicht verschwinden. Das haben wir bei unseren russischen Sanktionen auch. Das wurde ja auch so ein bisschen... Ich habe immer ein Problem damit, wenn man sagt, ja, so nach dem Motto, ach, die werden sich nie wieder erholen. Weil, ja, ich glaube, langfristig wird sich dann mehr oder weniger jedes Land irgendwo erholen. Und China hat halt einfach schon gute Voraussetzungen. Auch wenn sie Riesenprobleme haben. Wir haben halt schon, ja, ich kann mich nicht daran erinnern, vor fünf, sechs Jahren, da hat er das Gefühl, jeder will jetzt nur noch 100 Prozent in China gehen, weil die haben viel Patente. Das wurde halt alles maßlos überschätzt. Also gut, wenn schon mal der Diktator die Patente anordnet, dann sind halt die Patente da, die man braucht. Ob die dann sinnvoll sind oder nicht, das interessiert eh keinen. Und in Deutschland, wenn man irgendwelche chinesischen Patente in der Zeitung liest, deswegen jetzt da viel zu investieren. Ich glaube, das war schon overhyped. Wir sehen ja auch, dass sich der Aktienmarkt 0,0, dieses starke Wachstum hat sich im Aktienmarkt ja praktisch nicht niedergeschlagen. Das ist halt schon eine ganz andere Baustelle als USA. Und ich sehe die USA, auch wenn die jetzt teuer bewertet sind, auch wenn sie Probleme haben, trotzdem, ich sehe die USA schon gut aufgestellt, weil sie haben einfach die besten, gigantischsten Unternehmen der Welt, auch auf wirklich eine Breite. Und ich war vor kurzem in China, in Shanghai, zwei Tage, und da ist mir auch eins klar geworden, wenn man sich mal überlegt, China hat die Rohstoffe, aber andere haben sie viel zu wenig, nicht? Also bestimmte Rohstoffe, die wir vor allem für unsere Energiewende brauchen. Auf jeden Fall, das schon, aber wenn man sich jetzt mal unabhängig von Rohstoffen überlegt, was China jetzt zu bieten hat, gut, jetzt kommen die Elektroautos, ja, aber wir haben ja das Decoupling, trotzdem, wenn du in Shanghai bist, du siehst, also ich habe noch nie mal im Leben so viele Nike, Adidas Shops gesehen, es ist quasi alles westlich, was jetzt Konsum, Starbucks und Co. und man fragt sich dann schon, was hat China quasi expansionsmäßig anzubieten? Also wir nutzen halt kein WeChat in Europa, in den USA und das werden wir auch wahrscheinlich in zehn Jahren nicht machen. Also ich frage, ja, TikTok, ja, aber ist jetzt auch schon schwierig, also ist ja auch, unter Druck ist jetzt auch zu einer, mittlerweile zu einer harten Zensur-App verkommen, also das war ja am Anfang, war das ja so ein rechtsfreier Raum gefüllt, da konntest du auf TikTok alles machen, mittlerweile ist es die strengste App, also das ist auch, teilweise, ja, auch, ich blicke da auch nicht mehr ganz durch, aber die Exportschlager, sag ich mal, halten sich in Grenzen und China geht ja auch eigentlich immer mehr dahin, also man will sich ja quasi, man hat ja eine gewisse Abkapselung auch, also man will sich eigentlich auch von der Welt ein bisschen zurückziehen, das wird ja immer schön beschrieben, man will die Welt eigentlich gerne abhängiger machen von sich, aber sich unabhängiger von der Welt und da sehe ich die USA einfach viel besser aufgestellt, auch beim Thema Energie, die USA sind ja Netto-Öl-Exporteur, ist auch sehr interessant, wenn man sich das mal anschaut, wie abhängig im Vergleich zu heute die USA früher vom Ölpreis auch waren, diese Ölintensität, wie das heißt, ist auch massiv zurückgegangen, weil man halt einfach, ja, selber mittlerweile, ja, nicht mehr Öl importiert, sondern exportiert, genau das, was wir nicht haben, haben, also die USA sehe ich da auch klar teuer und auch vielleicht manche Sachen ein bisschen overhyped, trotzdem, wenn ich mir diese Unternehmen anschaue, die auch die Umsätze nicht nur in den USA machen, sondern weltweit, wenn ich mir diese ganzen Voraussetzungen anschaue, die die USA haben, und wir zulassen eine Dominanz von Google zum Beispiel, die sehr problematisch ist, sonst Kartellamt in Deutschland, wenn du da irgendwie ein bisschen zu groß wirst, hast du sofort ein Riesenthema und Google dominiert diesen Internetmarkt, der ja eigentlich der entscheidende Markt schlechthin ist, also ich halte dieses, also natürlich, dass man eigentlich sagen müsste, nee Leute, oder ihr gebt mal was ab, fertig, ne, also sagt aber keiner, da ist sozusagen, du bist als, ich bin ja in der Situation, dass wir sozusagen Einnahmen generieren, weil wir gefunden werden im Netz und die Leute googeln halt alle, wenn Google ein Core-Update macht, so wie sie es neulich gemacht haben, dann fliegen mal eben Hunderttausende von, auch teilweise großen Internetseiten erstmal richtig nach unten, weil Google sich überlegt hat, wir haben jetzt festgestellt, wir wollen was anderes machen, ja, und das sind so Dinge, da müssten wir eigentlich selbstbewusster auftreten und müssten sagen, Leute, also wenn ihr hier in diesem Raum Geschäfte macht, dann auch bitte hier zu Dingen oder dass eben solche Monopole nicht entstehen können. China hat aus meiner Sicht kein geistiges Geschäftsmodell. Wenn du jemanden aus Sub-Sahara hast und sagst ihm, wo willst du hinfliehen, dann würde keiner sagen, nach China, ja. Das ist unser großes Problem, dass wir sozusagen weder die Rohstoffe haben ohne Russland, dass wir im Prinzip der kleine Player in der Mitte zwischen den USA und China sind und dass das gleichzeitig dann auch eine, wie soll ich sagen, ein Mindset haben, das jetzt nicht unbedingt Leistung und Fleiß und den Willen verkörpert. Ich sehe das an meinen Kindern, die aber da ganz typisch sind für dieses Mindset, was auch in den Medien teilweise widerspiegelt oder sich widerspiegelt. Wir werden weniger, das heißt, die arbeitsfähige Bevölkerung wird geringer. Also unsere einzige Chance ist dann KI, wenn man so will, ja. Sonst haben wir ein Riesenthema. Wir haben so elementare Probleme. Es ist nicht nur die Chance, es ist wahrscheinlich ein Muss. Also es wird, es wird in gewisser Weise klappen müssen. KI oder Automatisierung, es ist ja nicht alles KI, man kann es ja auch dann, ja, Robotik automatisieren. dass Europa eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen hat, zumal eben auch dann wahrscheinlich, wenn Migration kommt, dann kommt die nach Europa. Das Ärgerliche ist ja, ich würde mal sagen, Europa hätte eigentlich mit die besten Voraussetzungen, wir machen halt nur sehr viel falsch. Also ich glaube, gut, klar, die Rohstoffe, die können wir uns jetzt nicht aus dem Hut zaubern, aber grundsätzlich hätten wir, glaube ich, in Europa sehr gute Voraussetzungen. Nur, es, ja, es scheint ein bisschen schwierig. Es ist eine gewisse Dekadenz, die offenkundig hier, also, ich weiß gar nicht, ob es eine Dekadenz, ja, es ist so ein Wohlstandseinrichtung. Man sagt immer gerne, es geht uns zu gut, aber ich weiß nicht, ob das manchmal ein bisschen zu platt ist. Man lebt aus der Substanz, kann man vielleicht sagen. Ja, man trifft halt falsche Entscheidungen. Ich glaube, manchmal ist es auch so ein bisschen, ja, dann vielleicht auch so ein Größenwahn. Also ich mache mir jetzt zum Beispiel gar keine Sorgen um die deutschen Unternehmen, denn die bedienen ja auch ganz gut, das läuft ja ganz gut und man macht die Geschäfte im Ausland und man geht dann halt einfach ins Ausland, glaube ich. Das ist auch so ein Problem, was vielleicht auch Politiker nicht kapieren. Ich meine, Zölle, Energiepreise, so nach dem Motto, ja, ist ja alles wurscht. Ja, dann gehe ich halt irgendwann, machen ja auch schon viele, aber dann gehe ich vielleicht halt noch mehr nach China und sage, ja gut, dann machen wir halt jetzt vielleicht unsere ganze Produktion in China oder vor Ort in China, in den USA. Das ist ja, glaube ich, auch was, was man unterschätzt. Also wenn du hier, da hatte der BASF-Chef neu gesagt, man macht eigentlich überall Gewinn, nur in Deutschland nicht. Die sind ja auch in China schon. Der deutsche Börsechef ist auch, ja, dass der Gewinn in Deutschland das Riesenproblem ist, ne? Genau, und das, ja, und dann wirst du vielleicht noch durch Zölle beendet, dann sagst du halt, ja gut, dann versuchen wir das halt gleich irgendwie vor Ort zu machen. Also, das sind, glaube ich, alles so Sachen, ich weiß nicht, das, ich weiß nicht, ob man das unterschätzt oder ignoriert. Es passiert halt in Zeitlupe, nicht? Und dadurch wird es weniger, du hast nicht so ein Flash-Ereignis, wo du sagst, boah, jetzt müssen wir aber aufwachen und müssen was tun, sondern du hast so einen schrittweisen Prozess, man kümmert sich dann ums Gendern, was ja okay ist, ja, von mir aus kann man machen und wir müssen unbedingt CO2-frei werden. Warum eigentlich? Es kommt ja eigentlich auf die Gesamtbilanz an und so sind wir in einer Blase sozusagen, die noch die Luft hat aus den vergangenen Generationen, aber wir verfrühstücken unsere Substanz, ja, und das gilt ja für die westliche Welt insgesamt, wir verfrühstücken jetzt schon unsere Zukunft, indem wir Anleihen aus der Zukunft nehmen und die jetzt verkonsumieren, damit wir jetzt nicht den Schmerz spüren, den wir aber früher oder später spüren werden müssen, weil wir auf dem falschen Weg sind, und weil wir Richtungen einschlagen, Weichen gestellt haben, die nicht funktionieren können und funktionieren werden und irgendwann ist das Geschrei groß und dann sind nicht wir schuld, ja, wir haben doch alles richtig gemacht, wir haben doch, unser großes Thema ist Klima, also haben wir alles fürs Klima gemacht, also was kann man uns vorwerfen, ja, also das ist so dieser deutsche Sonderweg, der ist schon sehr, sehr erstaunlich, finde ich. Ich meine, du hast gerade gesagt, CO2-neutral, ich meine, ich kann das ja machen, aber man muss halt ein Geschäftsmodell draus machen, also das ist ja immer die Frage, wie mache ich es, also ich glaube, wir diskutieren sehr viel so, ja, das und hier und jenes, ich glaube, wir müssen mal wieder über das Wie diskutieren, wie man es macht und warum man es macht und was am Ende dabei rauskommt, du hast ja gesagt, klar, wenn wir jetzt komplett CO2-neutral werden, das ist natürlich toll, wenn es dem Rest der Welt scheißegal ist, ist es natürlich schwierig und wir machen ja gerade eins, also es droht ja, dass wir es der Welt vormachen, dass man es besser nicht machen sollte und das ist ja auch ein großes Risiko, dass dann alle sagen, oh ja, also CO2-neutral zu werden, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, also das ist ja vielleicht sogar noch perverserweise, das was gut gemeint ist, ist am Ende vielleicht sogar noch das Allerdümmste für dieses Projekt, weil dann alle sagen, oh ja, das machen wir lieber nicht mehr. Wenn wir das schaffen, so hat Habeck gesagt, dann wissen alle, sie können es auch schaffen. Ja, ja, das wäre ja auch schön, aber es ist eigentlich der falsche Ansatz. Ja, genau. Und du siehst ja an den Märkten sozusagen, dass eben genau diese Dinge, diese erneuerbaren Energiedinge ja überhaupt nicht gut gelaufen sind. Warum? Weil diese erneuerbaren Energien in der Regel eben sehr ineffizient sind, schlichtweg, ja? Also ich brauche unfassbar viel Platz, diese Windräder, was die an Platz beanspruchen. Man kann ja sagen, wie viel Energie musst du in einen Energieträger reinstecken und wie viel bekommst du raus? Und die Bilanz ist eben bei Wind und Solar mit am schwächsten. Uran-Aktien spannend, sind ja schon länger gut. Ich meine, im Endeffekt, wenn man jetzt mal ganz logisch drüber nachdenkt, es sagen ja viele, gerade in Deutschland auch, ja, der Zug ist abgefahren, aber ich frage mich immer noch. Also da möchte ich einen langfristigen Trend sehen, weil selbst die EU ja gesagt hat, also Atomenergie ist eben jetzt weitgehend, nicht komplett, aber weitgehend CO2-Fahr. Du hast andere Themen. Ja, es ist natürlich teuer, das stimmt schon, wenn man jetzt alles mit einrechnet, natürlich, klar, das stimmt schon, aber trotzdem. Aber dann ist die Frage, was rechnest du mit ein? Also rechnest du die Entlagerung des Atommülls, der immer weniger wird, weil die Technik eben fortgeschritten ist, rechnest du das auf 3000 Jahre rauf? Oder rechnest du jetzt eben bei Windkraft und bei Solar eben die Parallelstruktur? Was rechnest du mit rein? Das ist im Grunde eine Glaubensfrage. Ich glaube, wir sollten hier schnell umsteuern, solange es noch geht. Wahrscheinlich ist der Zug in Deutschland abgefahren, aber weltweit ist, glaube ich, ein großer Trend in Richtung Atomkraft zu erkennen. ist ja, machen ja viele Länder und ist ja auch, wenn man sich die ganzen, also wenn man sich nicht mehr die ganzen Parameter anschaut, ist das ja die rationalste Lösung. Aber da sind wir Deutschen halt ideologisch. Ja, das ist, Atomkraft ist mit Atomkrieg verbunden. Wir mussten halt das Lebenswerk der Grünen retten, deswegen. Ich bin ja noch aufgewachsen in dieser Tschernobyl-Zeit, davor in der Zeit, wo ein Atomkrieg eine durchaus realistische Möglichkeit war. Und das war damals eben auch komplett negativ besetzt. Und die Entstehung der Grünen ist ohne dieses Gefühl nicht zu erklären. Ich bin selber damals Wackersdorf in Bayern demonstriert und so weiter. Aber irgendwann muss man, glaube ich, umdenken, also wer jung ist und nicht an solche Sachen glaubt, der hat kein Herz. Aber wenn du dann immer noch dran glaubst und du bist schon ein bisschen älter, hast du halt kein Verstand irgendwo. Ja, das Gefühl von damals ist es ja auch verständlich gewesen, sicherlich. Das ist ja, wie du so sagst, eine ganz andere Zeit. Also dieses Gefühl, über dann 50 Jahre zu transportieren fast, das ist halt die Frage, ob das die Idee ist. Und jetzt hast du halt diese Leute, die jetzt sozusagen an der Macht sind, sind diejenigen, die aus dieser Zeit kommen und in dieser Zeit geistig sozialisiert wurden im Prinzip. Und das ist das große Problem. Du hast erst die 68er gehabt, wenn du so willst, die aufgeschlossen waren, fand ich. Also das war durchaus positiv. Und jetzt hast du sozusagen diese Anti-Atom-Generation, die jetzt ans Ruder kommt und im Grunde ihre Ideologie über alles andere setzt und damit auch zum Beispiel die Zukunft meiner Kinder deutlich behindert wird, bin ich ganz fest davon überzeugt. Und deswegen bin ich dagegen und will auch die Stimme dagegen erheben, weil das werden andere ausbaden müssen. Und es bringt nichts, es bringt niemanden etwas. Es ist einfach nur sozusagen ein schöner Wunsch, eine Art Heilsversprechen, dass das aber nicht funktionieren wird. Ja, die Wirtschaft, Geschäftsmodelle und Wirtschaft müssen halt an erster Stelle stehen, alles andere ist halt wirr. Würde es eine Technologie geben, zum Beispiel die CO2-frei wäre, dann könnte man sie den Chinesen verkaufen wie NVIDIA-Chips. Also du wärst sofort ganz, ganz oben dabei. Aber bisher gibt es das nicht, solange diese Erneuerbaren nicht wirklich großflächig speicherbar sind, ist diese Technologie im Grunde nur ein Beiprodukt, aber wir verlassen uns ja komplett, Solar, Wind, orientiert sich alles drauf. Das ist eine derartige Verengung, denke ich, die unfassbaren Schaden anrichten wird. Lass uns noch kurz über Rohstoffe sprechen, da bist du auch ein Fan. Was eigentlich so, was mir schon mehr Sorge macht, eigentlich gilt es als todsichere Wette und wenn man sich das alles anschaut, denkt man sich auch, eigentlich kann es nur steigen langfristig Kupfer. Ja, Kupfer ist natürlich auch konjunktursensitiv, das ist das Risiko, das du da eben hast. Klar. Du hast das Risiko, dass sozusagen die Sachen nicht gut laufen, die Frage ist, was ist wichtiger, das Risiko, dass die Wirtschaft nicht gut läuft oder eben, wenn man so will, in Anführungszeichen die Bankrotterklärung des Fiat-Geldsystems, die sich ja immer mehr abzeichnet, so Stück für Stück, auch ein Prozess in Zeitlupe. Aber ist das nur Fiat-Geld, weil wir haben ja wirklich viele Einflüsse, also wenn wir uns die Energiewende anschauen, Energiebedarf generell, Urbanisierung, Digitalisierung, Elektroautos, Infrastruktur, auch Rüstung, also es gibt, also es spricht ja wirklich sehr vieles für Kupfer und ich meine jetzt nicht für die nächsten Wochen, aber wenn wir jetzt wirklich mal auf 10 oder 15 Jahre schauen, gehen wir davon aus, dass die Wirtschaft jetzt nicht 15 Jahre Vielleicht sollte man dann sagen, Energielieferantin oder alles, was Energie liefert, wäre bullisch zu sehen. Du musst unterscheiden, zum Beispiel Aluminium ist immens energieintensiv, ist eine Technologie aus dem 19. Jahrhundert im Prinzip oder frühes 20. Jahrhundert. Also hier gibt es in Hamburg noch den einzigen, hier sage ich schon, den einzigen Primär-Aluminium-Hersteller. Du bist ja Münchner. Du bist ja Münchner, aber bin im Exil in Hamburg aufgrund der ethnischen Spannungen zwischen Oberbayern und Franken. Jedenfalls, die verbrauchen so viel Strom wie die Stadt Lübeck, ein einziges Werk. Wow, das ist schon gut. Das ist krass. Und das ist natürlich ein Problem irgendwo. Auf der anderen Seite Kupfer ist das weniger. Da brauchst du nur einen Bruchteil an Energie, um das herzustellen. Aber das, wo ich bullisch wäre, wäre wirklich zu sagen, alles, was Energie generiert, ob es Uran ist, ob es auch Öl ist, ist aus meiner Sicht ein bullisches Play. Ja, und du weißt, ich bin ja eigentlich Bulle. Verkappter Bulle. Ja, genau. Also da bin ich bullisch. Klar, du musst vielleicht bei Rohstoffen unterscheiden, welche sind nur Wirtschaft. Also wenn China irgendwie nicht auf die Beine kommt und ich glaube nicht, dass China richtig auf die Beine kommen wird, solange die Immobilienpreise nicht steigen werden. Und der Aufstieg Chinas ist ja auch weitgehend durch eine Immobilienblase ermöglicht worden. Ja, dieser Immobiliensektor ist schon wirklich heftig. Also der wurde ja schon vermöbelt, aber das ist halt, ja. Was haben sie letztes Jahr als Anzahlung angenommen oder dann irgendwelche, ich glaube Wassermelonen und was. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber das Problem ist halt, du hast eine schrumpfende Demografie, schrumpfende Bevölkerung und hast Überkapazitäten ohne Ende. Wie sollen die Preise steigen? Und jetzt hast du eben, wenn du einen Kredit nimmst in China und deine Wohnung da finanzierst, dann hängt eben auch die Rückzahlung, die Summe des Kredites, die du zurückzahlen musst am gemessenen Wert der Wohnung. Das heißt, für die Leute ist das ein echtes Konsumproblem, weil sie faktisch weniger Geld in der Tasche haben, wenn ihre Immobilie weniger wert wird. Ja, der Konsum läuft ja auch nicht. Also der kommt ja nicht in Sprung. Genau. Und jetzt hat China eben gesagt, ja gut, wir müssen ja die Wirtschaft irgendwie ankurbeln. Man hat dann teilweise auch diese Immobilienvorschriften reduziert, aber versucht jetzt eben die Produktion nach oben zu bringen. Die Industrieproduktion ist immer super stark. Und das hängt damit zusammen, dass man jetzt sagt, ja scheiße, die Wirtschaft läuft nicht mehr. Also müssen wir jetzt irgendwie die Produktion irgendwie steigern, in der Hoffnung, dass du das eben exportieren kannst. Und jetzt wirst du eben durch diese Situation, in der wir sind, sehen, dass der Westen die Tür zumacht weitgehend. Gerade für E-Fahrzeuge und so weiter. Weil ich will auch nicht, wenn ich jetzt, sag ich mal hier, Entscheidungsträger wäre und ich fahre mit dem Auto und dieses Auto, das chinesische Auto, das zwar billiger ist, übermittelt aber meine Daten irgendwie nach Peking oder so. Was, da hängt eine Menge dran. Also das sind alles so Sachen, wo ich auch sage, will ich das? Will ich, dass das auch amerikanische Konzerne so praktisch komplett über unsere Daten verfügen? Ja, und das ist halt todsubventioniert. Das ist halt auch natürlich, das ist halt auch eine schwere Entscheidung als Politiker, wenn du da siehst, wir werden jetzt überflutet mit chinesischen Autos. Du weißt, die sind quasi, das ist ja eine Art Marktmanipulation. Es ist halt super schwierig, weil Zölle sind aus meiner Sicht auch schwierig, weil wenn wir uns jetzt alle die nächsten zehn Jahre gegenseitig mit Zöllen hochschaukeln, unter dem Strich verlieren ja alle dadurch. auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch ein Problem. Also man hat, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so in einer Art Wiederholungssituation der 1920er und 30er Jahre. Damals kamen die Zölle auf, man wollte sozusagen die eigene Industrie, die eigene Bevölkerung schützen. 20er war aber ein sehr gutes Börsenjahrzehnt, bis es dann richtig in die Kürze ging. Ja, klar, eben weil da noch Hoffnung war und dann im Gefolge eben dieser Weltwirtschaftskrise oder dieses Börseneinbruchs und ich glaube auch, dass immer Krisen erst entstehen, wenn die Börsen einbrechen und nicht andersrum, dass sozusagen dann als Reaktion diese Abstattungspolitik betrieben wurde. Und im Grunde erleben wir jetzt eine ähnliche Struktur. Also wir laufen schon auf Konfliktlinien zu, die schwer lösbar sind. Obwohl wir eigentlich in der besten aller Welten leben, wenn man so will. Also noch nie war der Wohlstand so groß, auch in Deutschland noch, was uns eben dann ermöglicht, eben eine vergleichsweise irre Energiepolitik zu fahren, weil wir es eben können noch. Wenn der Kuchen immer kleiner wird, dann bin ich gespannt, wie die Bereitschaft ist, jetzt auf bestimmte Dinge zu verzichten, die eigentlich als essentiell gesehen werden. Gut, das ist ja der Fluch, dass dann irgendwie, ich habe vor kurzem mit Dr. Zittelmann darüber gesprochen, ob der Kapitalismus nicht auch irgendwie inhärent zum, was heißt zum Scheitern verurteilt ist, aber wenn wir davon ausgehen, er schafft mehr Wohlstand, dass es dann eben immer, wie bei uns jetzt, dass man auch sieht, dass es dann nur noch um das Verteilen geht und dass es dann erst wieder schlechter werden muss, bis man dann sozusagen wieder auf die Marktwirtschaft setzt. Und da hat er gesagt, ja, das ist schon durchaus ein Problem. Also, dass man natürlich dann dadurch vielleicht auch diese Zyklen hat, dass du halt, du kommst wohin, du steigst den Berg hoch und oben sagen dann alle, ah ja, uns geht es ja gut und jetzt können wir eigentlich mal hier, jetzt können wir eigentlich mal da verteilen und da verteilen und da verteilen. Und das erleben wir momentan auch in gewisser Weise. Ich glaube, wir können es noch, ich glaube, man kann das schon kitten, ich würde es jetzt auch nicht zu negativ sehen, aber ich glaube, Feed-Zeit sollte man nicht mehr verschenken. Also, ich glaube, dass wir jetzt wirklich wieder die Wirtschaft an oberste Stelle setzen, das ist, glaube ich, Hüchse Eisenbahn. Und auch den Willen etwas zu leisten, das klingt jetzt so altmodisch nicht, aber sich anzustrengen, zu sagen, hey, das ist nicht gottgegeben, dass es uns gut geht so. Also, das gibt ja diesen Satz, irgendwie schwache Menschen schaffen schwere Zeiten, schwere Zeiten schaffen starke Menschen, starke Menschen schaffen dann gute Zeiten und in diesen guten Zeiten entsteht dann wieder Schwäche. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in einer solchen mentalen Schwächephase, die durch materielle Absicherung noch irgendwie funktioniert. Jetzt kommen wieder die Kommentare, die zwei Lappen sitzen da und quatschen und reden von schwere Arbeit. Also, ich muss sagen, ich bin durchaus jemand, der viel arbeitet. Ja, ja, aber ich meine von körperlicher, schwerer Arbeit. Ja, gut, aber ich glaube, über den Zeitpunkt oder über die Zeiten, wo nur körperliche Arbeit als Arbeit gesehen wurde. War kein Vorwurf an dich. Aber hier ein Freund von mir, ein Banker, sagt, Handwerker sind die neuen Ärzte. Das sind die Nicht-KI-Gefährdeten. Das sind die Leute, die am wenigsten gefährdet sind eigentlich. Ja, und es gibt zu wenig und Aufträge gibt es mehr als genug. Das ist ja auch mal so ein Problem, wenn man sagt, ja, wir müssen da nochmal investieren. Das ist ja auch immer das Problem. Wir können ja noch so viel Geld wo drauf werfen, es muss ja auch umgesetzt werden. Also, da fängt es ja beim Handwerker schon an. Wenn wir jetzt sagen, wir bauen morgen... Wir müssen Handwerker long gehen. Ja, da bin ich fest überzeugt. Schweinezyklus, dann in 20 Jahren sind alle Handwerker, dann sagen wir, was machen wir jetzt mit den ganzen Handwerkern? Haben wir noch was Wichtiges zu besprechen? Wenn du noch was Spannendes hast... Was haben wir uns da noch was notiert? Ja, Politik. Wir haben die Wahlen. Also, wir haben jetzt mal ein Schlaglicht geworfen. Mehr kann es ja nicht sein. Man diskutiert. Wir alle kennen die Zukunft nicht. Wir können aber schon Strukturen erkennen und das finde ich immer sehr wichtig. Ich bin ja gelernter Historiker eigentlich und habe mich immer für Strukturen interessiert. Das ist spannend. Das wusste ich gar nicht. Ja, also versuche immer sozusagen, wo erkenne ich Dinge, die Muster sind. Und dadurch, dass der Mensch in ähnlichen Situationen sich ähnlich verhält, entstehen ähnliche Muster. Das ist auch eine gute Begründung für Chart-Technik. Es gibt ja viele, die sagen, Chart-Technik ist Unsinn. Aber allein dadurch, dass es eben... Ja, dass sich halt Leute daran halten. Klar, dadurch wird es ja... Und Menschen dann in ähnlichen Situationen ähnlich reagieren, wird diese Chart-Technik sozusagen als Self-Fulfilling Prophecy schon alleine deswegen ein Faktor. Und Charts sind ja im Grunde gerolle Geschichte menschlichen Verhaltens, wenn man so will. Ja. Dementsprechend glaube ich, dass wir eben auch einen übergeordneten Blick brauchen und das war auch oder ist vielleicht auch so eine Folge aus dem ersten Teil dieser Sendung, die wir gemacht haben. Es geht nicht nur darum, ob es heute oder morgen rauf und runter geht. Darum geht es mir persönlich eher weniger. Auch wenn man irgendwie darauf reduziert wird. Guckst du, die sind wieder gestiegen oder wieder gefallen? Who cares? Eigentlich. Das Eigentliche ist ja, warum sind die Finanzmärkte bedeutend? Weil sie uns sehr viel über uns selbst erzählen und weil sie sozusagen der Erstbewerter von Informationen innerhalb einer Informationsgesellschaft sind. Da ist die erste Reaktion, Trump gewinnt die Wahl, das und das passiert, was heißt das für die Zukunft? Das wird bepreist, wird also sozusagen zu einer normativen Kraft. Und das ist etwas, was glaube ich, wir, wenn ich dich jetzt auch mit anspreche, was wir, die uns, die über Finanzen sprechen und so weiter, worüber wir mehr sprechen sollten, was passiert eigentlich mit uns und was verrät das über uns? Also was passiert da mit uns und wie können wir auch in Interaktion treten, um diese Spaltung der Gesellschaft, die nicht nur in Deutschland, sondern auch vor allem auch in den USA sehr stark ist, dass wir da wieder miteinander sprechen und auch eben Leute irgendwie nicht komplett ins Abseits stellen. Wir haben in Corona, glaube ich, eine wichtige Lektion gelernt, als zum Beispiel Leute sagten, ja, das sind die Aerosole, die waren am Anfang, das können doch keine Wissenschaftler mehr sein, wer sowas behauptet. Also wie schnell es geht, dass du, dass hier sozusagen Schemata aufgemacht werden, statt mit den Leuten zu reden. Und ich habe die Politik sozusagen auf meiner Seite, dass bei Kommentaren, ich sehr tolerant bin, muss es immer schwierig, eine rote Grenze oder eine rote Linie zu definieren, aber zu sagen, ich lasse auch viel zu, ja, einfach damit dieser Diskurs nicht so verengt wird, wie er derzeit verengt wird. Wir haben, glaube ich, heute was für den Diskurs getan. Hoffentlich. Hoffentlich. Danke Mario, dass du mich hier eingeladen hast, dass das bei der Finanzmarktwelt läuft. Danke, dass du hier zu Gast bist. Hat großen Spaß gemacht. Und jetzt gehen wir noch gleich ein Bier trinken, oder? Trinken wir noch eins. Und ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare auf jeden Fall und ja, ich hoffe, wir können das mal wieder wiederholen. Würde mich sehr freuen. Vielleicht in Hamburg, vielleicht in München, wo auch immer. Genau, kommst du mal nach Hamburg. Gerne. Mag ich sehr gerne die Stadt. Zu Recht. Sehr schöne Stadt. Mario, danke dir. Danke dir. Servus, ciao. Servus.